Hallo und herzlich willkommen beim Fahrwerk-Talk. Ich bin Sven und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Aufmerksame Beobachter werden festgestellt haben, dass in der letzten Folge Antriebsarten eine ganz wichtige Antriebsart gefehlt hat, nämlich der Allradantrieb. Der hat gemerkt, dass die Folge viel zu lang werden würde und habe das geteilt. Und deshalb kommt jetzt quasi Teil 2 zur letzten Folge Antriebsarten Allrad. In dieser Folge geht es mehr um Package-Aspekte und wie man das technisch umsetzt. Also wie liegt der Motor, wie liegt das Winkelgetriebe, wie lege ich die Antriebswellen, damit ich das ins Auto bekomme. Und als nächste Folge kommt dann nochmal eine Folge Fahrwerk-Regelsysteme Allrad, wo es eher so um die technischen Aspekte des Allradantriebs an sich gehen wird und wir da tiefer einsteigen. Also hier erstmal eine kleine Folge, wie setze ich denn bei den klassischen Antriebsarten einen Allradantrieb um. Ich wünsche euch viel Spaß. Allradantrieb kann ich natürlich bei diesen ganzen Motorarten auch umsetzen. Das nur mal so als ganz kurzer Abriss. Nächste Folge wird sich dann auch nochmal explizit mit Allrad beschäftigen und den Vor- und Nachteilen. Aber hier nur mal so ganz kurz als Visualisierung. Warum macht Audi das eigentlich mit diesem Motor in dieser Lage? Das hat ja massive Nachteile im Package. Aber Audi Quattro, hat jeder schon mal gehört, riesen Markenzeichen. Da haben die ganz früh mit angefangen. Ganz tolle Autos, damals der Urquattro, Sportquattro. Wirklich super sportliche Autos, die auch im Rallye, damals Rallye-Geschäft, alles Mögliche an Preisen abgeräumt haben. Und man sieht natürlich bei diesem Prinzip, wie hier in grün, der Allradantrieb super. Der Motor liegt schon längs, die Vorderräder sind eh schon angetrieben und dann gehe ich einfach noch mal hinten aus dem Motor raus, starr durch und schon habe ich einen Allradantrieb. Daher kommt das. Deswegen macht Audi auch diese Motorlage gerne, weil sie damit unmittelbar und sehr schönen Allradantrieb umsetzen können. Beim Frontantrieb mit dem Quermotor ist das etwas komplizierter. Da sieht man, da brauche ich dann nämlich noch so ein zusätzliches Kästchen, weil meine Antriebsrichtung, die ist ja quer vorne und die muss ich dann einmal noch mal über den Winkeltrieb nach hinten absetzen und dann kann ich da aber genauso einen Allradantrieb umsetzen. Gibt es ja auch bei VW, 4Motion in vielen Modellen. Aber wie gesagt, dazu nächste Folge gibt es dann noch mal speziell mehr zum Thema Allrad. Und das Ganze geht natürlich auch beim Standardantrieb, ist da allerdings immer ein bisschen komplizierter, weil ihr erinnert euch, der Motor liegt oben über der Vorderachse drüber und dann muss ich ja von dem Getriebe, was dahinter liegt, wieder zur Vorderachse. Und das ist erstmal, muss ich natürlich wieder ein Bauteil haben, weil ich muss von dem Abtrieb hinten wieder um die Ecke nach vorne zur Vorderachse kommen. Und ich muss ja mit den Antriebswellen, also der normale Standardantrieb, der mit dem Hinterradantrieb, der hat ja vorne keine Antriebswellen. Dann kann der Motor ein bisschen tiefer sitzen. Wenn ich jetzt einmal noch Antriebswellen brauche, dann muss ich ja den Motor hochsetzen, damit ich da überhaupt drunter komme. Und ja, insofern gibt es diese Variante auch gar nicht so häufig. Und die ist etwas komplizierter und da gibt es dann tatsächlich so Konstruktionen, da muss man sich dann Gedanken machen. Und beim BMW ist es zum Beispiel so, dass es Varianten gibt, da sind die Antriebswellen unten durch die Ölwanne durchgeführt. Da haben sie quasi den Motorblock so tief gesetzt, dass man dann den Durchtrieb für die Antriebswellen durch die Ölwanne gelegt hat, damit man ein bisschen runterkommt mit dem Motor und nicht komplett über die Antriebswellen rüber muss. Beim klassischen Heckantrieb habe ich ja die Antriebsrichtung quasi sowieso schon in die richtige Richtung. Und da kann ich dann auch einfach eine Antriebswelle nach vorne anflanschen und nach vorne durchtreiben. Wird beim Porsche 911 auch so gemacht. Den gibt es ja mit Heilradantrieb auch. Und beim Heckmittelmotor muss ich es dann wieder etwas komplizierter machen, weil da treibe ich ja nach hinten ab und muss dann sehen, dass ich wieder mit der Antriebswelle nach vorne komme. Da muss ich also die Drehrichtung nochmal einmal umkehren. Ja, das so als kleiner Exkurs, wie ich aus einem Front- oder Hinterrad- oder Heckantrieb einen Allradantrieb umsetzen kann technisch. Und wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann mehr darum, welche unterschiedlichen Allradarten es gibt, wie die umgesetzt werden und was deren spezifische Vor- und Nachteile sind. Das wird dann wieder eine Folge Fahrwerkregelsysteme. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Und falls es euch wirklich gut gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder sogar ein Abo da. Dann sehen wir uns in Zukunft vielleicht öfter. Also gute Fahrt, viel Spaß mit euren Autos. Tschüss! Tschüss!